Man sollte den Bomben in die Hintern stecken. Weißt du, so riesengroße Bomben, so Arschbomben, supergroße Bomben. Guten Tag, mein Name ist Johannes Pinneberg, ich bin 23 Jahre alt. Ich interessiere mich sehr für Herrenoberbekleidung. Ich habe darin eine Berufsausbildung. Ich habe zudem Zusatzqualifikationen in der Buchhaltung als Schweißer und Schlosser. Wir sind zwei von Millionen. Minister halten Reden an uns, ermahnen uns, Opfer zu bringen. Unser Geld auf die Sparkasse zu tragen, das wir nicht haben. Und Deutsch zu fühlen und die Staatserhaltung der Parteien zu wählen. Ich mache da nicht mehr mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017